Wandschrank fehlt noch Muss das Teil in der Ecke sitzen? Das gefällt mir überhaupt nicht Wandschrank Und da kommt natürlich keiner ran, also kann man die wieder hier drüben hinsetzen Na ja, ich muss hier nicht wohnen Dekoration 20% Ok Ok Ja So, damit die Pornos gucken Spaß macht, kommen noch ein paar Kerzen dahin Äh, die Wandschränke sehen aber wirklich nicht schön aus Ja, die sind, ich weiß nicht mal was das für Wandschränke sein sollen So, da hat er hier noch seine Pornohäftchen Ähm Was können wir da noch hinsetzen? Das ist alles Dekoration, ja Ein Diplom für das herausragende Masturbieren Und jetzt kommt noch eine Pflanze Ähm Nein 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 So Äh Sind aber dicke freizügige Heftchen Es gibt tatsächlich auch, ähm Soweit ich, wie ich aus meiner Jugend weiß Ähm Bücher, die sowas beinhalten Da ist da wirklich richtige Storys drinnen dahinter Und Boah Es müssen ja nicht unbedingt Pornos sein Es können ja auch irgendwelche Romanzen sein Die, äh Ein bisschen expliziter geschrieben sind Und, boah 23% Gerade mal Kleine Pflanze hoch, okay Nur eins zählt Spiegel Wo soll ich denn hier noch einen Spiegel anbringen? Wo soll ich denn hier noch einen Spiegel anbringen? So 24% Ach du Heimatland Ah Kleine Pflanzen sind auf jeden Fall hoch Ein Spiegel überm Herd Da ist doch die ganzen Fettspritzer dann drauf Ich baller das Ding jetzt mit Pflanzen zu Ja natürlich Oh So So Aber jetzt, ey Och lass mich doch in Ruhe, ey Job abschließen Das ist ja nicht immer normal hier Das ist ja nicht immer normal hier Wie sieht's aus Wow Zimmer sind sehr schlecht eingerichtet Wohnmobil, wichtige Kategorie Ach leck mich doch am Arsch, ey Das ist doch Das kann doch nicht mehr sein Was? Alex aus Ehhhh Jobs Suche guten Raumausstatter für den Bau einer modernen Einzimmerwohnung Anforderungen Runderneuerung 8900 Entlohnung 3000 An alle Markte An alle Markte Ich gehe auf eine wichtige Geschäftsreise und brauche jemanden, der sich um meine Mieter kümmert Anforderungen 5400 Ich bekomme 26 Ja, das glaube ich auch Benötige Hilfe Suche nach richtigen Alter, was? Ja, wer weiß, was sie wieder gekocht hat Hier Wer weiß, was sie wieder gekocht hat Egal, ich lass es einfach mal jetzt auf sich wirken Für alle Markte, ich gehe auf eine richtige Geschäftsreise, da waren wir schon Benötige Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Mieter Wie schön 1050 Jemand zwischen 22 und 51 Jahren Ach Gott, das machen wir mal Ja, auch nicht nur Frauen Ähm Ok, der gefällt das Hat die Mietschulden Klui Wuhu Ähm Bisherige Mietverhältnisse zufriedene Äh, zufriedene Ok, ähm Hintergründe prüfen Keine Vorstrafe Keine Vorstrafe Null Euro Schuldner Ähm Hier, komm Verhandeln Ähm Ich mach jetzt erstmal das als Angebot Komm, ich komm mir entgegen 3000 Alles klar, akzeptiert Ähm, ich habe doch gerade das Geld für den Ähm, gut Ja, da gucke ich gleich rein Ähm Ok Sehr schön Und jetzt Finanzübersicht, ähm Bezahlen Jobs 11.000 Wow Wow, ich hab 12 Tage Zeit dafür Wow Reinigung starten Erstmal hier reparieren Ich will das haben Opa Opa, beweg dich Einlagern Eheh Präparieren, lass Was ist das überhaupt? Sieht aus wie ein großes Bild Fernseher Einlagern Das war ein Casino Loll Das war ein Casino 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 Waffenschrank Alles klar Der wird definitiv behalten resystem Reparieren 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 Ach die sieht schön aus Würde ich mir persönlich nicht die Wohnung stellen, aber ja. Äh, reparieren, reparieren, reparieren. Und dann müsste soweit alles fertig sein. Okay, schade, das kann ich nicht reparieren. Äh, ein Lager im Waffenschrank. Schade, ich hätte den Flügel gerne repariert, um ehrlich zu sein. Wobei, ah, kann ich das? Äh, ich habe ja den Flügel nicht, dann verkaufe ich das Teil. So, ähm, Opa, du bist fertig, hau ab. Reroyan, was wollen sie denn haben? Gewöhnlich, Sicherheitskamera, Sicherheitskamera, falscher Typ, illegale Sub... Was? Was? Okay, ähm, ich sehe schon worauf das hinausläuft. Produktionsraum, Brauerei, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer. Ähm... Bauen. Also, hier kommt das Badezimmer rein. Und dort das Schlafzimmer. Badezimmer und noch eine Küche wollen sie. Sicherheitsraum machen wir hier hinten rein. Ähm... Badezimmer, Hammer. Wohnzimmer... Oh mein Gott! Ähm... Sicherheitsraum, Wohnzimmer, Sicherheitsraum, Badezimmer, Küche, Schlafzimmer... Oh Gott, ich muss erstmal jetzt ein Zimmer fertig machen hier, damit das wegkommt. Ähm... Schlafzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Sicherheitsraum. Hier. Kriegt was für eine Tür? Kriegt, bekommt... Moderne Schiebetür. Ähm... Hartholz. Wandblau. So... Äh... Ah... Jetzt kommt der Bau von den Traum-Spritzen. Ich kann dir übrigens auch den Jack-Tiller-Somato-Fan. Den habe ich mir schon mal angeguckt. Der ist nix für mich. Äh... Waffenkammer. Was kostet mich die denn? Hab ich gar nicht. Lol. Äh... 3000? Ganz ehrlich? Ah, gefällt mir da nicht, so, äh, Computer, Computer, ich brauche so, oh, 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 oh Es kommt da, ne nicht ganz, es kommt da einer hin, so, dann schieben wir den tatsächlich auch noch mal weiter hier hin. So, äh, wirst du ansonsten seinst du mal zu spielen, oder ehrlich? Es kommt drauf an, wenn mich das Spiel, äh, reizt, dann hole ich mir das und spiel's auch mal, aber ich spiel alles mögliche, wenn man's so nimmt. Äh, ich habe noch ein bisschen Geld gut. Ich denke mal, die Dinger sollten ausreichen. Ich weiß nicht, wie teuer der andere Spaß noch wird. Überwachungsbildschirm. Äh, wo soll ich denn den Mist hier bitte schön hinbauen? Holy shit, äh. Wenn ich den... den da hin mache. Bewegne. Den da hin. Äh, du kommst mal hier raus. Du auch. Kann ich die tatsächlich da hin machen? So, ähm. Den da hin und den Server. Äh, ja, ist egal, wie rum. Äh, ballern wir da hin. Äh, bin noch ein kurzer Weg. Alles klar. Äh, der kommt, der kommt dort und der kommt dort und mit hin. So. Zimmer ist fertig. Gut, äh, dann wollte ich hier die Küche rein haben. Die Küche? Ne, das Badezimmer. Äh, Steinboden. Badezimmer. 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 Band rot. So, ähm. Eine Tür. So. Badewanne. Die wollen eine Badewanne so und eine Duschkabine. So, eine, was willst du denn erzählen? Alter, die geht mir auf den Sack. Eine Toilette wollte ich jetzt hier hinbauen. So, ein Waschbecken. So, Klopapier. So, und eine Waschmaschine. So, und noch eine Klobürste. So, das ist auch fertig. Dann kommt hier... Was ist das so? Die Küche. Bodenstein. So. Bodenstein habe ich doch. Wie können wir das hier nehmen? Wendebrauen. Wendebrauen. Hä? Ich akzeptiere das nicht. Ein Herz. Ach, jetzt akzeptiert er das. Okay. Ähm. Da hin. Einmal da hin. Ein Kühlschrank. Da hin. So. Oh. Oh. Ah. Was ist jetzt denn los? Ausgelassen. Frames. 150. Okay. Ähm. Ähm. Keine Ahnung, was gerade mit dem Chat los ist. Ähm. Gut. Gut. Uwe War stehen geblieben. Küchenausstattung. Das. Und das. Und den da. Gut. Küche auch fertig. Das. Jetzt muss noch ein Schlafzimmer her. Das machen wir tatsächlich hier hin. So. Ähm. Nein, die Wand war fehl am Platz. Dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich das Wohnzimmer hin. Äh, da, da und so. Gut, dann wird das jetzt das Schlafzimmer. Ähm, Bodenhartholz. Das war schön hier zu wohnen. Ich gucke mir deine Wohnung und die Wohnung an. Äh, Gnade, oh Gott. Äh, ich habe noch sechs Tage. Scheiße. Äh. Das soll gelb sein. Krieg mal hin. Ähm. Türen. So. Ein Klavier. Ach komm, für 5000 können wir es doch machen. Klavier. Ein Doppelbett. Klavier. Eine Staffelei. So. Ein Schreibtisch. So. Na, hier kommt Gaming Laptop. Muss sein. Ein Bürostuhl. Und ein fetten TV. So. Weil da ist ein Fenster. Genau. Schlafzimmer fertig. Scheiß erst mal auf die Deko. Wohnzimmer. Ähm. Hartholz. Hartholz. Wandgrün. 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 Schlafzimmer. Äh. Bu-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Billard. Ich muss die erst mal bewegen, die kommt hier hinter, da stört die Kähne, da kann sie bleiben. Da mache ich tatsächlich nochmal das, das, Fußboden ist ja gleich, Wand war das, wo war ich denn jetzt, hier, ne, hä, Wohnzimmer, hier, Billard, so, Roland, Hammer, Poker, so, einen Läufer, so, eine Lampe, eine Lampe, eine Lampe, ein Gemälde, so, Stühle, Scheiße, ist das hier etwa zu klein? Das ist einfach zu klein. Äh, scheiße, stehe hier grad ein bisschen unter Zeitdruck. Äh, Wände, nein, hier, bauen. Dann machen wir das hier so. Was war das Falsche? So, äh, die Wand wird dann so. Äh, äh, tü, 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 tü. So, bewegen. So, bewegen. Da hin. 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 So, äh, die Lampe bewegen. Da hin. Das kann man sogar ein bisschen schräg machen. So. Das tatsächlich würde ich so hinstellen. Ähm. Das Gemälde muss noch mit. Ein Tisch. So. Drei Stühle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann. Das Teil. Ähm. Ein fetter Flatscreen. Und ein DVD-Spieler. So. Wohnzimmer ist fertig. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen, äh, hier noch was Schönes, äh, bauen. So. So. Tür da rein. Brauerei. Ähm. Böden fließen. Wir machen die Brauerei hier rein. Fließende Brauen. Ein Tresor. Dahin. Ach, der will Stein haben. So. Ähm... Laborkleiderständer. Dahin. Zwei Tische. Äh... Eins. Zwei. Zwei Stühle. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Gasflaschen. Eine. Zwei. Das haben wir auch. So, jetzt machen wir noch ganz schnell das hier. Soll ja auch einigermaßen schön aussehen. So, und die Wände bekommen auch so einen ähnlichen Touch. So. So. So, jetzt soll ich hier tatsächlich die Brauerei rein. Ähm... Fließende. Blau. So. Ähm... So, ähm... Zwei. Zwei. Drei. Ein... Tisch. Ein Stuhl. Ach du Heimatland, ist das groß. Ach du Heimatland. Ach du Heimatland. Ach du Heimatland. Ach du Heimatland, ist das großartig. Ach du Heimatland, ist das großartig. Ach du Heimatland. So, ach du heilige, das, das, oh alles fertig, ok, Sicherheitskameras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, fertig, Dekoration ist mir scheißegal, ich will den Job abschließen, ich habe 0 Tage zur Verfügung, äh, ich muss mal ganz kurz die Filmforschau aktualisieren, so. So, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob dem das gefällt, scheiße. Aber 0 Tage, ich kriege keine Bonuszahlung, das ist scheiße. Das ist scheiße, ich habe mir zu lange Zeit gelassen. Verbindung zum Chat laden, ok, was ist los? Ich habe 115 ausgelassene Frames und keine wirkliche Verbindung zum Chat. Was ist da los? Ok, ähm, wie sieht es aus, Bewertung, top, top, geil. Geil, einfach nur geil. Ähm, hm, 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 hm. Gut, hier bezahlt, ich muss zu meiner Wohnung. Da muss ein neuer Mieter rein. Ähm, apropos, hat irgendwas mitgehen lassen? Was ist das, ne? Nö. Tag da auf ne Tür. Was? Wow, willkommen im Chat, der braucht ganz schön lange zum Laden heute. Äh, ach so, ähm. Wie sieht es aus? Ähm, zufriedenstellend, zufriedenstellend, zufriedenstellend. Hintergründe prüfen. Yeah. 137.000 Euro Schulden. Wohnung verlassen, tschüss. Wow. Holy shit. Wow. Zufrieden, Meinung gut. 623.000 Schulden. Was? Verbrechertyp Betrug. Vorsätzliche Körperverletzung. Was ist das für ne Frau? Holy shit, ey. Okay. Der scheint mir ganz schön besoffen zu sein. Äh, Meinung exzellent. Okay. Äh, 191.000 Schulden. Alter, hau mir bloß ab, ey. Okay. Okay. Ähm, keine Schulden tatsächlich. Oh nein. Okay. Ähm, verhandeln. Angebot machen. Akzeptiert. Gut, da haben wir eine neue Mieterin. Und mit dieser neuen Mieterin werde ich mich vom Stream jetzt verabschieden. Ich stream schon viel zu lange. So lange wollte ich gar nicht streamen. Ähm, morgen nicht. Mittwoch. Am Donnerstag stream ich wieder. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Heute Nachmittags stream ich heute Nachmittag. Minecraft Zeopolis. Und ich hoffe, wir sehen uns da auch zu streamen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstag. Bis zum nächsten Mal.